willkommen zu einer weiteren folge der clash of clans mit mir dem dorsten und ja zweimal zweimal den toto an einem tag das ich hoffe ihr könnt das vertragen denn auch hier beim klaren spätsel mit so ist bevor es denn wieder in die normalen in den normalen alltag geht mit normalen klaren kriegen ist die liga aus und wir haben es ihr habt sein bild gesehen die drei sterne waren leider nicht auf drei sterne angriff bezogen sondern uns fehlten einfach drei sterne wir bleiben in champions league 2 aber wir haben uns richtig richtig gut geschlagen richtig gut gesteigert aber am ende haben einfach drei sterne gefehlt wir gucken uns einfach mal wir gucken in die ligereien sechs siege das haben wir noch nie gepackt wir haben bisher immer mindestens zwei dreimal verloren also zweimal minimum hier nur einmal verloren und season ende ist die syria ftw haben hier noch mal den sieg davon getragen und mit 279 stern sie haben ja noch welche drauf bekommen jetzt aus dem aus dem letzten spiel und wir auch noch mal zehn das heißt also wir haben ja gegen gegen wen haben wir denn eigentlich gespielt syria wir haben hier gegen den gegen den siebten noch gespielt haben auch gewonnen das letzte spiel also auch noch mal zehn dazu bekommen und ihr seht 276 zu 279 aber guckt euch die gesamtzerstörung an 8660 daran könnt ihr erkennen dass bei uns ganz ganz viele über 90 prozentige dabei waren und ihr habt das ja auch so ein bisschen in der woche gesehen in den livestreams gesehen dass es hier ultra ultra eng ist 99 95 94 94 1 stern und so weiter also richtig krasses ding hier wir haben leider nur die drei sterne irgendwo verbummelt noch nicht mal so sehr in denen in dem wir verloren haben muss ich sagen den hätten wir eigentlich auch gewinnen müssen den den zweiten hier den haben ein bisschen unglücklicher verloren gegen den vierten das war einfach ein bisschen pech dass wir hier auch eine nullnummer hingelegt haben und der gegner hat hier ganz ganz brav zwei sterne beziehungsweise drei sterne gemacht die haben wir aber auch immer wieder aufholen können und auch im letzten ck ist uns das gelungen dass wir hier noch mal rein kamen ins spiel denn der gegner hat hier glaube ich auch ja der hat auch mit einer nullnummer angefangen allerdings ohne helden angegriffen und wir haben jedoch noch die dreier reingefahren richtig krasses ding den habt ihr glaube ich gestern abend noch im livestream gesehen der war ganz ganz spät aber nichtsdestotrotz fehlten uns am ende denn doch wir hätten hier glaube ich in diesem ja wir hätten halt drei drei dreier mehr machen müssen und das ist gar nicht mal so einfach wenn du es vorher verbaselt also nächstes mal sind wir wir sind wieder ein kleines stück schlauer geworden ich denke das war unsere erfolgreichste liga hier die wir gespielt haben in chem 2 und wir blicken auf jeden fall in die zukunft jeder jeder geht hier mit einer ganz ganz breiten brust raus keine frage auch meine wenigkeit hatte mal kein einer oder nuller hingelegt ich habe hier ganz brav meine zwei sterne gemacht ich glaube jetzt im letzten den habe ich heute morgen auch erst gemacht ganz ganz spät kurz vor schluss habe ich noch ich glaube 89 prozent auch noch mal dabei getragen also es war schon immer super super knapp und mit ganz vielen prozenten sind hier eigentlich die meisten kämpfe beendet worden also die seltenen kämpfe waren diesmal wirklich so zwei gerettete mal gerade so 50 prozent oder so wenn verkackt dann richtig verkackt mit einem stern und 94 prozent das habt ihr auch gesehen naja was willst du machen nächstes mal werden wir uns noch ein klein wenig mehr mühe geben vielleicht noch ein bisschen mehr üben vielleicht auch mal das team noch mal ein kleines bisschen umstellen wir haben wir zwischendurch einmal umgestellt dass wir wirklich gegen den ersten hier unser top team am feld haben das hat auch funktioniert wir haben auch gegen den ersten gewonnen also auch das absolut super gemacht aber es hat halt am ende doch ein bisschen gefehlt und auch die gegner denke ich mal agierten da relativ taktisch und haben gesehen jetzt gerade im letzten spätsel mit so es lässt auch sterne liegen ja auch in einsterner hingelegt ist gleich zu anfang wir sind mit dem einsterner in den letzten ck gegangen das zieht dann natürlich auch dann gleich mal so ein bisschen runter so und so nach dem motto fängt ja schon gut an aber haben uns dann wieder hoch und zurück gekämpft und das fand ich hier auch sehr 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 gut auch wenn uns ja auch der gegner hat uns noch ein dreier reingedrückt das machte aber nichts unsere vielen vielen zweier und ich glaube zwei dreier haben wir ja gemacht reichen dann zum erfolg denn der gegner hat glaube ich zwei mal ein stern hier gemacht dadurch fehlten auch die letzten beiden sterne zum 30 30 prozentual waren wir aber sowieso vor auch der klankrieg ging mit über 85 prozent an uns und deswegen glaube ich können wir hier ganz stolz sein können hier mit breiter brust rausgehen ich kriege euch gleich noch mal so den einen oder anderen angriff raus aus der woche wo ich euch das nicht gezeigt habe beziehungsweise wo wir natürlich so ein bisschen in anderen clans unterwegs waren und hier ist aber alles glaube ich gut gelaufen dann noch am ende und hier fehlt jetzt was fehlt dann eigentlich noch okay die klanburg fehlt dann noch 3 2 1 zack meins der worden hat es da gemacht super sache hier super angriff und ich suche euch mal noch aus den begegnungen hier was was nettes raus ja das kommt natürlich immer 459 medals was gibt es denn eigentlich in champ 1 für den zweiten 501 ok naja aber steigt hat nur einer auf und glückwunsch an den clan syria ftw die sind aufgestiegen in champ 1 und ja eigentlich voll eigentlich müssen wir jetzt folgen muss man fairerweise so sagen ich hoffe es ist uns auch gegönnt ja ich muss gar nicht lange suchen der sms weakness der juli hier auf die nummer 14 6 auf 14 also auch hier spielt sich ja alles im rathaus 12 bereich ab wobei ich gesehen habe bei den gegnern also bei uns ist das sind sind vielleicht mal ein paar dabei die haben die mauern nicht so hoch aber beim gegner waren dann doch schon einige dabei die hatten ihre defense auch noch nicht ganz auf max beziehungsweise teilweise noch so auf 10 11 11 niveau und die haben auch meistens zu also mit drei sternen belegt aber hiermit mit meinern meinern ja ist eine gute coole truppe wenn es darum geht hier im ck vor allen dingen das rathaus mitzunehmen ja also da sind meiner immer eine gute option irgendwo noch ein angriff vor allen dingen auch manchmal zu retten erst mal mit queen charge hier in die base rein ich denke mal wenn man sowas macht dann ist immer so ein bisschen der adler das ziel einmal hier die loons ein bisschen zur verstärkung mit reingesetzt auch wenn da eine luftabwehr steht das macht nichts so war das passing jetzt für die für die queen richtung mitte der base hier gegeben karre mit dazu genommen dafür hat man sich dann den schrung zauber sparen können denn die karre ebnet jetzt den weg in die base hier rein die kriegt jetzt natürlich fürchterlich feuer weil die voll denken muss kommt aber doch relativ weit hätte ich gar nicht mal so gedacht ice golem kommt da raus der ist jetzt die queen erstmal ein bisschen abgelenkt queen macht erstmal dort die beiden tesla weg und jetzt kanone und die gegnerische queen stirbt jetzt wunderbar bei meiner angriff muss das nicht unbedingt sein aber ihr seht das jetzt eigentlich schon das passing hier passt wunderbar ganze ecke rausgenommen und unten geht es weiter mit dem fahnen mit dem king dass ihm nicht ganz ganz so viele meiner nach nach außen weg driften sondern wirklich die masse jetzt richtung rathaus geht das ist ja auch der fall worden dahinter und der unterstützt ja auch ganz nett man hat immer ein bisschen sorge wir haben auch einen angriff mit meiner mal richtig verkackt denn ihr seht das hier die kriegen auch sofort beschuss von der adler artillerie die war nämlich noch nicht weg aber jetzt ist weg einmal kann so zweimal kommt noch zweimal zweimal schießen das macht aber nichts da waren sie gerade unter tage voll auf die bombe und so können die meiner hier schön in der base bleiben außen tank der king so dass die meiner erst mal richtig schön immer die ganze zeit in der base bleiben kaum einer geht raus jetzt müssen natürlich ein bisschen raus um hier auch die gebäude zu machen aber die masse ist hier drin ihr seht das die queen ist auch immer noch dabei und ich glaube das war war ein schöner sehr sehr schöner angriff hier auf die nummer 14 vom clan video maker ja wir haben ja nur gegen einen clan verloren aus saigon glaube ich und saigon hanoi hießen die glaube ich und die sind vierter geworden haben also dann woanders ihre kleinen schwächen gehabt aber die die runde hier muss ich sagen war sehr ausgeglichen sehr ausgeglichen okay unten jetzt waren es auch alles zwölfer keine frage aber da haben dann auch teilweise ich glaube es haben nicht immer alle angegriffen ich weiß es nicht ganz genau bei den gegnern da fehlte dann auch mal ein zwei angriff oder sie waren wirklich so arg schlecht dass dass du jetzt kommt das schon wieder dass du irgendwo nur mit oder mit keinen helden angegriffen oder nur mit der queen angegriffen aber ein habe ich glaube ich noch aus dem vierten fünften klankrieg und ein habe ich noch für euch vom triple matze so nennen wir den sms das war häufiger ja manchmal manchmal macht der matze auch mit unmöglichen an die unmöglichen aber wenn gar nichts anderes geht dann geht immer bola riesen und hexen aber hier schön mit einem elektrone erst mal rein hier in die base und schon mal hier außen so ein bisschen was zerstört eigentlich habe kann ich mir denken sollte der ein bisschen weiter fliegen allerdings hat er auch ganz schön feuer bekommen aber das reicht hier fürs passing also erst mal um den platz zu schaffen dass die drachen hier jetzt nicht mehr so weit raus fliegen jetzt hat er hier natürlich die lager stehen außen natürlich auch immer so doof jetzt gerade erst mal für die elektro daran dass sie immer nur eins und lager schaffen in der zeit kriegen die natürlich beschuss aber das ist jetzt auch gewesen jetzt gehen hier alle elektro dachen rein auch immer eine gute option hier irgendwo minimum zwei sterne zu holen also mit elektro dachen im rathaus elf und zwölf bereich wenn du dich nicht ganz dumm anstellt dann kitzelst du irgendwo immer zwei sterne raus da muss es schon richtig blöde laufen wie bei mir mal ich habe glaube ich doch ich habe auch dann noch zwei sterne bekommen aber da hatte ich ein bisschen pech dass die elektro drachen auf die klanburg ging und in der klanburg war leider ein lavahund das war ein bisschen doof da haben wir erstmal auf den lavahund rumgeballert und danach auf die ganzen welpen und waren die ganze zeit am rand und haben die ganze zeit vorher gekriegt das war natürlich ein bisschen doof ich habe meine drachen dann doch noch irgendwie ganz ganz schnell dann in die base reingekriegt da muss man halt ein bisschen aufpassen aber unterstützt hier noch mit queen und king jetzt hat er auch nur noch außen gebäude hier ihr seht das und es ist auch nur noch der und unten nur noch die queen zündbar und eigentlich noch relativ viel gebäude da aber nicht mehr ganz so viel oder ist noch mal die riesenbombe am ende wo die tat die tat im dicken noch mal so richtig weh aber die queen hier auch noch zündbar und ganz ganz lange gewartet vor allen dingen damit bis er sie zündet ich meine da ist jetzt auch nur noch ein tesla ist gut aber er hat ja gleich wenn das zündet noch mal ein paar kleinere bogenschützinnen am start jetzt fängt er an zu schießen und auch keine riesenbombe normalerweise sind die alle immer einer riesenbombe weg kennt er selber ne queen gezündet alles tot in der riesenbombe und so helfen die hier noch im clean up so dass es hier am ende auch kein zeitproblem gibt also coole sache hier auch vom triple matze vom sms wasch schön gemacht hier war aus dem krieg gegen den ich glaube das war der letzte gegner den haben auch recht hoch gewonnen mit 32 30 es geht so ich muss manchmal kann man das bei den arabischen oder chinesischen klasse das der fünfte ok das fünfte gewesen also wie gesagt hier noch mal echt gut abgeschnitten drei lumpige sterne haben es gefehlt schade 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 aber hätte hätte fahrradwisser kette und nächstes mal sind wir sicherlich ein bisschen gewiefter gab ja richtig schön medaillen dazu ich denke mal ich werde auch wieder ein paar medaillen hier ausgeben für einen heldenhammer so dass meine helden im nächsten in der nächsten liga denke ich mal noch ein bisschen höher sind wenn ich sogar max sind mal gucken 16 stunden kann ich den nächsten hammer nehmen hier ich werde mich hier daran halten dass ich bis zur nächsten liga noch mal so ein bisschen meine helden gesteigert habe ich kann mir schon fast vorstellen dass es am max sind so brauche ich auch nicht mehr der worden macht jetzt noch sechs level davon geht einer heute und der king braucht noch drei level also auch über schaubar hier ein paar mauern müssen wir noch machen nämlich 60 stück an der zahl die werden aber noch mal billiger durch den pass und ich denke mal ich schaffe es dieses mal vor der nächsten rathausstufe endlich mal fully max zu sein hier ich hoffe die folge die zweite folge hier auf den donnerstag hat euch ganz gut gefallen wenn ja dann lasst mir einen daumen am ende nach oben da abonnieren nicht vergessen locker aktivieren dass hier keine angriffe mehr von mir oder nicht nur von mir sondern auch von uns verpasst und ich freue mich aufs wochenende ich hoffe ich auch bis dahin euer tuto läscht in im 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 Bis zum nächsten Mal.